Ich habe schon einige Jahre vorher mal bei Bausmann gearbeitet, war dann mehrere Jahre im Ausland tätig und bin jetzt final nach einigen Jahren auch im Konzern wieder zurückgekehrt. Ich bin mir hier besonders gut gefällt, dass es eben Inhaber geführt ist und die Strukturen sehr flach sind und Entscheidungen sehr schnell gefällt werden. Also Mitarbeiter in meinem Bereich finden eine sehr interessante, abwechslungsreiche Aufgabenstellung vor. Sicherlich herausfordernd, aber dauerhaft interessant und niemals langweilig. Vielen Dank.